Hallo und herzlich willkommen in der Weihnachtsausgabe der Bastelgarage. Heute habe ich mal was, ich denke mal das ist relativ neu, habe ich auch so noch nicht gesehen. Das ist ein Saugtisch oder wie ich es nenne, Jürgens Saugbrett. Und zwar arbeiten wir doch immer viel mit Schraubzwingen und ständig ist das Werkstück eingeklemmt, aber man kommt nicht richtig dran, weil man ständig die Zwingen umarbeiten muss. Ich zeige euch das mal. Wenn wir ein Werkstück haben, sagen wir jetzt diese Platte hier, müssen wir die immer irgendwie fest zwingen. Wenn wir jetzt arbeiten wollen, egal was das ist, ist die Zwinge irgendwo immer im Weg. Man kann sich nicht richtig bewegen und auch mit dem Schleifen. Es ist ständig im Weg und da kam dann folgende Idee. Das ist Jürgens Saugbrett. Zu den Einzelteilen komme ich nachher, nur mal um die Funktionsweise darzustellen. Und zwar habe ich jetzt hier ein normales Brett. Das lege ich hier drauf. Die Platte hat hier oben zwei Öffnungen und an der Seite ist ein Staubsauger angeschlossen, der halt innen drin die Luft ansaugt. Jetzt lege ich das Brett da drauf. Ist lose, passiert gar nichts. Sobald ich den Staubsauger anmache, wird dieses Brett angesaugt und man kann das Ganze bearbeiten, ohne dass irgendeine störende Zwinge drumherum ist. Ich zeige es euch mal. Ich mache mal die ganze Geschichte an. Natürlich hätte ich an den Geräten vielleicht die Absaugung anschließen sollen. Das wäre vielleicht eine super Idee gewesen. Aber ich hoffe vom Prinzip her, wisst ihr was ich meine. Das Brett ist jetzt halt, da habe ich das dann rein gefräst, was ich möchte. So, man kann es natürlich auch nach vorne ziehen, anmachen und sagen wir mal hier die Kanten bearbeiten, ohne dass man das festklemmen muss. Wenn ich jetzt nicht so ein großes Werkstück habe, sondern sagen wir mal eher ein kleineres, hier sind ja die beiden Löcher dran, würde immer ein Loch, was offen ist, würde Luft ansaugen und das Ganze würde nicht halten. Darum habe ich hier so eine Konstruktion. Finger drauf, drücken, zu. Das andere bleibt offen oder der auf und der zu. Das spielt gar keine Rolle. Und wenn wir dann die ganze Geschichte anmachen, wird auch nur das eine Brett angesaugt. Dann habe ich noch eine kleine Geschichte bemerkt. Wenn man, ich glaube, Pressspan ist das, ansaugt. Pressspan lässt Luft durch, zieht also nicht so richtig an. Dann mache ich folgendes. Ich habe hier Klebeband. Ich habe jetzt leider kein Pressspan da. Dann klebe ich das einfach hier ab. So. Und lege das mit der Klebeseite da drunter. Dann wird das auch angesaugt. Nur so als kleiner Tipp, wenn ihr die Geschichte mal nachbauen wollt. Das, was wir jetzt hier bauen, ist eigentlich nur ein Prototyp. Ich möchte eigentlich hier eine Werkbank bauen. Also das heißt eine Multifunktionswerkbank. Aber erst im nächsten Jahr. Und da soll dieses Teil integriert werden. Normalerweise hat Jürgens Saugbrett, sollte, wenn man es so benutzt, unten einen kompletten Kasten drunter bauen. Beziehungsweise zumindest unten drunter eine flache Platte, damit das ganze Teil auch wirklich schön fest aufsteht. Ich würde es gerne später in diese Werkbank integrieren. Vorne ein. Und dann sehen wir das mal, wie das nächstes Jahr wird. So. Als erstes habe ich mir zwei Brettchen. Zehn mal zehn Zentimeter und neun Millimeter dick geschnitten. Und zwar wird wahrscheinlich auch nicht jeder kennen. Das ist eine sogenannte Ablaufgarnitur. Eine Druckknopfablaufgarnitur. Das heißt, ich versuche es mal oben ein Bild zu verlinken. Das kommt ins Waschbecken rein. Normalerweise ist oben am Waschbeckenrand ist so ein Hebel, mit dem man dieses Teil hier unten, was im Waschbecken drin ist, rauf und runter bewegen kann. Das gibt es aber auch als Druckknopf. Das bedeutet, wenn man drauf drückt, ist es zu. Wenn man drauf drückt wieder geht es offen. Das muss ich jetzt in dieses Brettchen reinbauen. Und dazu muss ich allerdings dann auch, hier unten ist eine Verschraubung, die lässt sich aber nur bis hier auf diese zweieinhalb Zentimeter Abstand zuschrauben. Ich habe das jetzt schon mal hier bei dem anderen gemacht. Da habe ich einfach hier unten diesen Schraubring. Den habe ich einfach an der Flex gekürzt, damit ich das Ganze hochdrehen kann. Und zwar geht es hier darum, dass hier dieses Loch, das ist eigentlich der Überlauf. Wenn es im Waschbecken über den Rand hinüberläuft, ist das ein Überlauf. Und da müssen wir wegen der Dichtigkeit, damit später die Luft nicht entweichen kann, drüber kommen mit dem ganzen, mit der ganzen Verschraubung. Ja, das heißt also, der ist aber auch diese 9 Millimeter. Das Brett muss im Prinzip hier zwischen und hier dieses Loch darf eigentlich gar nicht zum Einsatz kommen. Das muss zu werden. Aber jetzt schneiden wir erstmal die passenden Löcher in dieses Holz ran. An der Standbohrmaschine geht es weiter. Und zwar habe ich dann die Ecken miteinander verbunden, dass wir die Mitte rausfinden. Habe meinen Kreisschneider auf das Maß dieses Ablaufs gemacht und bohre jetzt da lustig Löcher rein. Die Löcher sind mit dem Kreisschneider gebohrt. Jetzt nehmen wir die Ablaufgarnitur. Die hat hier eine Dichtung. Das setzen wir oben drauf, setzen von unten die Gegendichtung rein, schieben die da drüber. So, und verschrauben das Ganze mit diesem beiliegenden, vorher abgeschnittenen Ring. Das ist wichtig, weil man sonst halt hier das nicht anschrauben kann, weil man nicht tief genug dran kommt. So, so ist das Ganze dann erstmal fest. Und hier ist diese Beweglichkeit zu, auf. Wir sind jetzt immer noch am Anfang von Jürgens Luftbrett. Und zwar habe ich mir jetzt diese Ablaufgarnitur in dieses 10x10 cm große Holz reingebracht. Das soll später in so ein 90 Grad HT Rohr, soll das eigentlich hier rein. Jetzt ist das natürlich, ich glaube der Durchmesser von diesem Rohr ist so 41 Millimeter oder sowas. Das ist natürlich viel zu groß. Jetzt gibt es aber sogenannte Muffen. Das hier ist eine Muffe DIN HT DN 4040. Und das kommt jetzt einfach hier drüber. Ich habe das bei dem anderen mal vorbereitet. Dann sieht das so aus. Und das kommt einfach nachher hier in das HT Rohr und dichtet das Ganze ab. So ist die ganze Geschichte dicht und fest. Ich habe mir also extra dieses 90 Grad HT Rohr, wie gesagt 50 Millimeter Durchmesser ausgesucht. Ich wollte es erst mit, wegen der besseren Durchflussgeschwindigkeit von der Luft, mit einem 90 Grad Winkel, also zwei 45 Grad Winkeln probieren. Aber, wie man hier sehen kann, wären wir damit ziemlich hoch gekommen. Das soll ja später hier in einen Kasten eingebaut werden. Und das Teil alleine ist 20 Zentimeter hoch. Plus das Holz und alles. Hätten wir eine unheimliche große Kiste gehabt, so ist das hier jetzt insgesamt nur 12,5 Zentimeter hoch. Plus ein paar Bretter, die noch dazukommen. Das Teil soll dann, oder die Teile sollen dann später in dieses Brett hier hinein. Ich habe jetzt hier ein Stück Multiplex. Das ist 18 Millimeter dick, 25 Zentimeter breit und 80 Zentimeter lang. Das hier ist ein Mittelfinder. Den habe ich mir auch mal selber gebaut. Gibt es auch übrigens ein Video von mir, könnt ihr euch gerne mal in der Liste bei YouTube anschauen. Den setzt man einfach hier an. Und zieht dann hier rüber und hat dann genau die Mitte von dem Holz. Ich hoffe, man kann den Strich sehen, weil wir jetzt diese Teile in die Mitte, einer rechts, einer links, soll das hier drauf verteilt werden, wo später die Luft angesaugt wird. Wir müssen natürlich eine bestimmte Tiefe einhalten. Und aus diesem Grund kann man eigentlich diesen Verschlussdeckel einfach abschrauben. Das Teil muss eigentlich vertieft werden. Deshalb habe ich jetzt hier ein Brett ausgeschnitten, das genau da drauf passt. Das werde ich aber jetzt hier noch mit der Oberfräse etwas anschrägen. Dann sieht es einfach schöner aus. So, dann leimen wir das jetzt mal aufeinander. Während die Unterteile jetzt trocknen, ist das hier der Deckel. Der hat einen Durchmesser von 65, etwas mehr als 65 Millimeter. Das stelle ich mir jetzt mit dem Kreisschneider ein und bohre dann hier die Löscher rein. Die Mitte haben wir ja schon rausgesucht. Jetzt gehe ich von jedem Rand 25 Zentimeter entfernt. Von beiden Seiten. Dann haben wir in der Mitte ungefähr einen Abstand von 30 Zentimeter. Kann natürlich jeder so handhaben, wie er das will. Ich dachte halt einfach, das ist ein schönes Maß, das passt mir. So, jetzt zwingen wir das Ganze fest und bohren das dann durch. Jetzt brechen wir noch hier schön die Kanten. Dafür habe ich wieder den Fräser hier. Getrocknet ist das Ganze jetzt. Jetzt drehen wir einfach den Deckel wieder oben auf. Das Weiße hier oben ist übrigens nur ein Schutzdeckel, damit das Ganze nicht so verkratzt. Eigentlich sieht das Ganze dann so aus. Aber das lassen wir mal vorsichtshalber drauf. Jetzt müssen wir natürlich die Teile hier von unten drunter reinsetzen und verschrauben. Und damit die möglichst zentral sind, halte ich hier unten einen Winkel dran. So, und richte die dementsprechend aus. Mach sie kurz mit Schraubzwingen fest und bohre das Ganze dann von unten fest. So ist die Ablaufgarnitur mittig schon mal verklemmt. Und jetzt drehen wir das Ganze rum und schrauben das mal an der Rückseite fest. Jetzt stecken wir die ganzen Rohre mal zusammen. So, das gibt jetzt die Absaugung hier oben drauf. Das sind die Löscher und hier unten die Absaugung. Für das Endstück habe ich noch ein Verjüngungsteil. Das ist jetzt ein 50er Rohr. Und das ist jetzt ein 50 auf 40 Millimeter Rohr, damit der Staubsauger da besser reinpassen sollte. Also das kann man optional da reinbasteln. Um jetzt eine optimale Standfestigkeit zu bekommen, kommen an den beiden Enden jeweils solche Bretter dran, die ich dann hier auf der Rückseite jetzt mal anzeichne. Hier muss das Rohr durch. Da das Rohr hier eine Verdickung hat, messen wir das mal kurz nach. Das sind 54 Millimeter. Und deshalb schneiden wir jetzt hier ein 54 Millimeter großes Loch rein. Schönes Löschelchen. Da passt jetzt das genau rein. Jetzt drücken wir noch ein bisschen da rein. So, damit das hier auch glatt abschließt. Wir schneiden das hier wieder rein. Und jetzt werde ich von der anderen Seite, erst werde ich noch die andere Seite schneiden, ein Loch reinschneiden, damit auch genau dasselbe passiert. Und dann wird das von der Oberseite einfach von der Unterseite verleimt und von der Oberseite verschraubt. An der einen Seite, an dieser hier, kommt der Staubsaugeranschluss rein, damit die Luft abgesaugt wird. Auf der anderen Seite hier möchte ich gerne noch einen Schieber machen, weil ich keine Ahnung habe, wenn das Brett oben drauf liegt und angesaugt wird, ob man es dann überhaupt wieder losbekommt. Damit die Luft halt entweichen kann. So bauen wir jetzt hier einen kleinen Schieber auf der Innenseite ein. Dieser Hölz habe ich mir bereits zurecht gesägt. Das muss ja einen Abstand von sechs Zentimeter haben. Das ist das Brett, was nachher über dem Loch als Schieber agiert. Das sind auch sechs Zentimeter. Und mit dem Brett decke ich das Ganze ab. Zusätzlich habe ich mir noch hier auch an der Bandsäge so was schönes Rundes geschnitten. Das kommt zum Schluss auch hier drauf. Wird dann ausgeschnitten und zwar so groß, dass hier das Rohr reinpasst, damit das Rohr eine gute Führung hat, hier hinten. Das Loch ist gebohrt. Durchschieben. Dann hier den Dübel reinsetzen. Der wird nachher noch verleimt und schon kann man mit diesem Dübel das hin und her schieben. Jetzt muss eigentlich nur noch das Loch gebohrt werden. Das Loch ist gebohrt. Durchschieben. Dann hier den Dübel reinsetzen. Der wird nachher noch verleimt und schon kann man mit diesem Dübel das hin und her schieben. Jetzt muss eigentlich nur noch das Loch gebohrt werden. Ich bohre jetzt mit dem Kreisschneider in der Mitte das Loch rein, damit das durchgeht. Dann kann ich nämlich dieses Teil hier draufsetzen, genau festmachen, wo das Loch ist. Und anschließend wird alles zusammen durchgebohrt, dass ich da das Rohr reinbekomme. Einmal ein 6 Millimeter Loch gebohrt. Da stecke ich jetzt hier ein 6 Millimeter Bohrer durch, dass er da wieder rauskommt auf der anderen Seite. Ich stecke einfach hier mein rundes Teil drauf und lege das hier auf der Werkbank und werde das jetzt am Rand anbohren und verschrauben. So, den Bohrer habe ich jetzt rausgenommen. Also es lässt sich erstklassig bewegen. Ich habe auch hier von der Platte hier die Seite, die glatte Seite genommen, damit das besser rutscht. Das hier ist die Raue. Und jetzt schneiden wir einfach von der anderen Seite mit dem Kreisschneider komplett einmal durch. Und dann passt die ganze Geschichte. Das Loch ist durchgebohrt. Wenn man jetzt hinten den Schieber bewegt, geht das prima auf und zu. So sieht es von der anderen Seite aus. Wie gesagt, dieser Ring hier ist nur eine Verstärkung, damit das Rohr auch darin hält. Jetzt habe ich mir nur überlegt, damit man das Teil von beiden Seiten aus bewegen kann, werde ich hier auch noch einen solchen Holzdübel reinsetzen. Und das wird bestimmt gut werden. Schauen wir mal. Das Rohr muss jetzt noch passend abgeschnitten werden. Das Rohr passt super. Ich habe es da reingesetzt. Der Schieber innen drin geht auch auf und zu. Das soll ja eigentlich zur Entlüftung sein, wenn die Luft angesaugt wird und das Holzstück obendrauf klebt. Damit ich hier kurz das aufmachen kann, den Unterdruck wegmachen kann und dadurch soll sich dann oben das Brett lösen. Das kommt jetzt noch hier hin und wird jetzt nur noch hier auf der Rückseite verschraubt. Obendrauf soll das Ganze mit einer solchen Bautenschutzmatte, die ist 60 x 60 cm groß, die ist aus irgendwelchen Recyclingprodukten, unter anderem auch aus Altreifen. Die ist sehr rutschhemmend, strapazierfähig und äußerst belastbar. Zudem soll sie während der Arbeit Geräusche absorbieren. Und für mich war es besonders wichtig, wenn ich irgendein Stück Holz habe, was ich zum Beispiel schleifen möchte, damit das nicht auf der Unterseite oben drauf schleife ich und auf der unteren Seite wird es, wenn es direkt auf dem Holz liegt, wieder verkratzt. Das soll eigentlich dafür da sein, damit die Verkratzungsmöglichkeit so gering wie möglich gehalten wird. Ich habe diese Matte in dem Baumarkt meines Vertrauens gekauft. Das ist eigentlich eine Matte, eine Dämmschutzmatte, die kommt, wenn man auf die Waschmaschine einen Wäschetrockner stellt. Dann soll diese Matte dazwischen, das ist so eine Schallschutzmatte, wie gesagt, die 60 x 60 cm groß hat 6 oder 7 Euro gekostet. Also kaum was Teures. Dafür habe ich dann diesen Hochleistungsmontagekleber gekauft. Damit wird das Ganze dann eingeschmiert, aufgeklebt und dann muss ich anschließend nur noch die Löscher ausschneiden. Ich habe das jetzt mal hier draufgelegt, mit Schraubzwingen festgeklemmt. Und jetzt versuche ich mal halt hier einfach dieses Teil auszuschneiden. Ich habe mal kurz vorgeschnitten. Und hier ist ein bisschen mühsam, aber eigentlich machbar. Ich habe jetzt mal was ganz Tolles. Es scheint eine ganz tolle Erfindung zu sein. Ich habe das mit dem Messer grob ausgeschnitten. Dann habe ich jetzt hier an meiner Oberfräse den Abkantfräser reingesetzt und einfach das ganze Ding mit dem untenliegenden Ring einfach das Loch abgefahren. Stinkt zwar ein bisschen verbrannt nach Altreifen, aber das Ergebnis ist also wirklich mehr als zufriedenstellend. Schöne, runde Ecken. Jetzt müssen wir da nur noch das Teil reinsetzen, dieser Deckel. Wenn jetzt später der Deckel da drin ist. So, können wir das Stück Holz einfach da draufsetzen und das klebt. Das wird angesaugt. Und wenn wir jetzt ein kleines Stück haben, dann müssen wir ein Loch zumachen. Drauf drücken, Loch zu. Keine Luft kommt raus. Keine Nebenluft wird gezogen. Falls wir wieder größer brauchen, hoch. Und das Ganze wird angesaugt. Jetzt kleben wir schön die Matte fest. Und nehmen die Matte ab. Dann habe ich mir, wie gesagt, diesen Montagekleber besorgt. Das geht noch. Dann habe ich hier eine sogenannte Zahnspachtel. Damit verteilen wir das dann gleichmäßig. Damit da auch keine Unebenheiten entstehen. Dass der Kleber ein bisschen, ungefähr ein bisschen gleichmäßig verteilt ist. Das heißt dann, dass später die Matte, wenn möglich, keine Unebenheit drin hat. Wir klemmen das Ganze Spiel jetzt etwas fest. Damit wir einen gleichmäßigen Druck da drauf bekommen. Das Ganze lassen wir jetzt über Nacht mal trocknen. Meine Werkstatt sieht aus, als wenn eine Bombe eingeschlagen hätte. Das werde ich dann auch in Ordnung bringen. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.